Willkommen zurück bei Finanzfitness, Mike Wagner hier. Heute mal ein anderes Video als sonst, denn ich habe meine ETF-Sparpläne gestoppt, quasi on hold und die gehen erst nächsten Monat weiter. Warum habe ich das gemacht? Ich habe die Quartalszahlen von Amazon gesehen und habe gesehen, dass Amazon um 37% den Umsatz steigern konnte. Und das finde ich absolut überragend. Amazon konnte hier extrem von der Corona-Krise profitieren. Der Einzelhandel stirbt meiner Meinung nach fast aus. Das ist meiner Meinung nach eine absolute Katastrophe, weil die Menschen einfach nicht mehr rausgehen. Die Menschen bestellen nur noch online. Und natürlich ist das für den Investor hier eine gute Möglichkeit zu sagen, ich investiere hier weiter in Unternehmen, die natürlich online sehr, sehr präsent sind. Und da ist für mich die absolute Number One Amazon in dem Fall. Viele Menschen bestellen dort, sehr viele Menschen regen sich über Amazon auf und sagen immer wieder, was ist das für ein Unternehmen und, und, und. Aber jeder bestellt bei Amazon. Jeder. Es gibt fast niemanden, wo ich sage, der hat noch nie bei Amazon bestellt. Und besonders jetzt in der Krise, muss ich sagen, stellen immer mehr Menschen dort, weil viele nicht mehr rausgehen. Auch Menschen werden fauler. Und zusätzlich ist es auch so, dass Menschen natürlich sich nicht anstecken möchten und so weiter. Und deshalb bin ich der Meinung, dass wenn man sich das Umsatzwachstum hier jetzt schon anschaut, dass diese Firma, obwohl sie schon extrem groß ist, einfach noch weiter wachsen wird. Und über die Weihnachtszeit jetzt, beziehungsweise über den Herbst und wenn vielleicht nochmal ein Lockdown kommen sollte, noch viel mehr profitieren wird. Und der Umsatz noch mehr steigen wird und die Firma hier noch deutlich mehr Profite machen wird. Und deswegen habe ich ganz klar gesagt, ich investiere hier diesen Monat nicht in die ETFs, sondern ich kaufe Amazon, weil ich einfach noch sehr viele Profite hier erwarte. Ich erwarte, dass der Kurs noch weiter steigt. Ich kann mir vorstellen, dass das hier bis zu 4000 Euro nach oben geht. Ich weiß es nicht ganz genau, ich kann das natürlich nicht sagen. Der Umsatz ist jetzt gestiegen auf über 96 Milliarden Dollar und das ist ein absoluter Knaller. Zusätzlich habe ich natürlich meine Einzelaktien-Sparpläne immer weiter laufen bei der Comdirect und auch bei Trade Republic. Bei Trade Republic bin ich eher auf Dividendenbasis, habe ich eher so 10 bis 30 Euro-Sparpläne auf einzelne Aktien laufen. Und bei der Comdirect habe ich eher Tech-Giganten, größere Tech-Firmen in den Sparplänen drin. Apple habe ich etwas runtergewichtet, weil es sieht fast für mich schon aus, als wäre das eher ein Value-Tech-Unternehmen momentan, weil die Gewinne sind nicht mehr ganz so stark, obwohl man das größte Unternehmen hat, was es hier gibt. Viele sagen vielleicht, wie kann denn diese Firma hier überhaupt noch weiter wachsen? Aber man muss das weiter beobachten. Ich habe einen relativ niedrigen Sparplan immer noch weiter auf Apple hier laufen, aber Facebook ist mein Sparplan etwas höher. Jetzt sind deshalb die größten Positionen, die ich bei mir im Portfolio habe. Amazon ist die Nummer 1 und auch Facebook ist die Nummer 2. Und danach kommen einzelne Unternehmen immer weiter runter, auf die ich monatlich so meine 10 bis 60 Euro Sparpläne laufen habe. Ich glaube, immer noch bin ich ein Fan von Tesla. Ich sage es immer wieder und das wisst ihr ja auch, dass ich in Tesla eben investiere, weil ich zukünftig denke. Ich muss aber ganz klar sagen, das ist jetzt von mir für euch keine Anlageberatung, nur weil ich diesen Monat hier Amazon gekauft habe. Ich glaube, ich habe gekauft für knapp 2.550 Euro in dem Fall und ich erhoffe mir, dass es hier noch weiter nach oben geht. Ich habe zwischenzeitlich immer mal wieder geguckt. Es ist ja ein bisschen wieder runtergegangen und dann habe ich natürlich hier eingekauft. Auch Facebook ist etwas runtergegangen, die Aktie. Ich kaufe jetzt hier wieder im Sparplan immer weiter, weil die Nutzerzahlen bei Facebook sind beispielsweise etwas in Kanada und den USA zurückgegangen, obwohl hier trotzdem Profite gemacht wurden. Trotz alledem, ich investiere weiter. Ich glaube an die Firma. Ich glaube, Mark Zuckerberg macht einen extremen Job. Er kommt aus jeder Krise raus. Jeff Bezos ebenfalls, was er hier geleistet hat. Und deswegen, ich sage es nochmal, keine Anlageberatung. Ich möchte euch einfach nur zeigen, wie ich diesen Monat eben investiert habe. Ich glaube, knapp insgesamt waren es etwas über 3.000 Euro, die ich jetzt hier diesen Monat investiert habe. Das mache ich nicht jeden Monat. Ihr wisst ja, wie mein Sparplan momentan aussieht. Ich habe hier ältere ETF-Positionen verkauft, wo ich gesagt habe, das bringt mir nichts mehr. Ich hatte nämlich noch einen alten Stock 600 von iShares. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in Europa, da geht mir viel zu wenig, um da komplett in den Index zu investieren. Da picke ich mir lieber einzelne Unternehmen, wo ich sage, die bringen mir genug Rendite. So viel jetzt hier zu dem Update. Sagt mir doch mal, wie ihr momentan investiert und wie ihr jetzt weiter in der Corona-Krise investiert. Was ihr eventuell erwartet, schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich freue mich mega drüber. Und somit hier noch einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao.